Ich bin ja echt total begeistert von euch. Ich habe ja fast 5000 Kommentare auf diesen Post gestern bekommen, was würden es tun, wenn du 50 Millionen hättest. Und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt von euch, weil fast alle denken erstmal an andere. Fast alle wollen erstmal die Familie versorgen, die Hälfte vom Geld verschenken, Gutes tun, fast ein schlechtes Gewissen, weil ich eigentlich immer nur an mich denke. Dann gab es natürlich auch mehrere Angebote, weil ihr habt ja eine Welle gemacht hier mit fast 5000 Kommentaren. Da gab es einen Anbieter, der uns jetzt günstige Lotto-Lose anbietet, weil es zufälligerweise ist am Freitag auch noch ein Jackpot mit 57 Millionen. Und da können wir jetzt nur Lotto spielen, wenn ihr das wollt, für 99 Cent anstatt 8 Euro, ist so ein Sonderangebot. Wenn ihr das machen wollt, sagt Bescheid, gebt mir ein Like oder kommentiert, dann besorge ich diesen Link, wo man für 99 Cent, also nicht mal ein Euro, Lotto spielen kann, was normalerweise 8 Euro kostet. Und vielleicht winnt ihr eine der 50 Millionen, 57 und tut dann auch das, was er da geschrieben hat, mit dem ganzen Spenden und wem alles hilft. Also ich würde mich freuen, wenn einer von uns das gewinnt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr spielen wollt, sagt mir Bescheid, dann besorge ich den Link. Wenn ihr nicht spielen wollt, ist auch okay, aber ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich bin noch nicht alle Kommentare durchgegangen, ich kann noch nicht sagen, wen ich jetzt nach Las Vegas einlade, aber ich bleib dran. Bin eben ein bisschen krank, hab eine Florida-Krippe mit nach Hause gebracht, muss ich auskurieren. Also genug Zeit, um die ganzen Kommentare zu lesen. Aber trotzdem, ganz geil. Und sagt Bescheid, ob ihr Lotto spielen wollt für 99 Cent. Bis dann.